was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten gespielt hat den ellis 17 auf der hochbergmann geloaden zusammen mit dem mac mannus und dem tiger so hallo da los müllmann mannus fahr los wer ist hier der müllmann junge du hast ja doch die schönen job du musst ja nur fahren und halt mal direkt an was ist ja ich muss noch fahren warte mal das heißt hier ich muss nur fahren alter denkst ich mache nix so böse gesammeln wie geil ich weiß gleich bis ganz hinter okay von einsteigen ja okay wo geht es als nächstes hin wieso unsere route route geht jetzt über den reifeisern an handel links gedönst über ach du musst nicht so kurz vor rechts waren in die innenstadt wir fahren die innenstadt dort liegt immer viel müll okay halt ich fest ne ja rasant zur sache ist so schön immer durch mein haar wie schnell darf man fahren mit einer person hinten drauf 100 okay weiß ich glaube schrittgeschwindigkeit oder keine ahnung ich glaube ich stehe wirklich nur hinten drauf wenn sie wir die straßen im bleibensammel klappen dann sitzt es auch vorne mit drin wenn wir wissen ja irgendwo irgendwo moment ab hier liegt schon irgendwo liegt auch die spinnerei hat wieder einen haufen müll hier aufpassen was lieber darin drin und bist denn hin überhaupt ich bin hier hinter dir also das auch mal so kurz bei dir wenn du dann daran ist ja fbs einbrüche jetzt lass mich kurz überlegen wir fahren mal direkt zum händler jetzt vielleicht das nächste mal ein rabatt ich glaube nicht wie klar man guck mal was sie für müll hier machen alter die haben schon wieder neun schon nie ausgepackt ich hab drei müll hier ich hab drei müll dicecke rein geworfen das für dich immer einen drin weile ich hatte auch den schweren mit den schrauben und so drin ja ja Oh, da hinten den Roller, den kannst du auch draufschmeißen. Den Roller? Alte Vespa hier. So. Okay, Rückwärtsgang rein. Es geht weiter. Gibt es hier am Dorfladen Müll? Oder hier am Land, nee, das ist nicht der Landhandel. Auch weil das Weihnachten, nee. Hast du schon ein Geschenk gekauft? Hm? Hast du schon ein Geschenk gekauft? Nee, noch nicht. Okay. Ich habe auch mal so ein Prime. Jo. Können wir noch was Zeit lassen. Sehr gut. Hat der Friedhof Müll? Der Friedhof war da auch mal Müll. Da, vorne ist tatsächlich Müll. Ich habe Weihnachtsgeld ja bekommen, ey. Ich war heute, ich war, seitdem ich das Geld bekomme, schon fünfmal auf der Oculus Rift-Seite und dachte mir, jetzt einfach Warenkorb bestellen und ausmachen. Dann ist es zu spät, aber. Krass. Dann trotzdem Müll. Geht der Wegen viel rein. Was hättest du eigentlich von den Steam Controller? Fällt mir noch mal so ein? Keine Ahnung, nie benutzt. Auch, alles mit rausfallen. Hamas? Ja. Okay. So, hat der hier Müll? Natürlich hat er auch Müll. Eiweißen hat immer Müll. Ah ja. So. Er kommt die drei Säcke, ach nee, sind wir. Bei uns gab es heute keinen Mittag. Warum nicht? Weil deine Frau nicht da ist. Doch, die ist, also, die ist da, aber. Die hat mich angerufen und gefragt, ob wir heute Abend Lust hätte zu bestellen. Ich dachte, Vibe, fragst du überhaupt? Au. Was gibt es da? Was ich nehme? Ich glaube, ich nehme Döner-Teller. Aber ohne. Ach, schon gut. Oh. Was ohne? Ohne Salat. Ah, komm, fahr du. Ich fahr mal, ich fahr mal hin drauf mit. Ohne, ohne Salat. Das drücken, ne? Ich glaube, das muss ich mal zu. Oh, ich hab deine Hand eingequetscht. Danke. So, wo geht's denn hin? Weil ich noch nicht hier, schau mal. Ja, ihr Pisser. So, fahren wir jetzt hier links. Und dann ist nächster aus rechts, müsste Müll haben. Alter Schwede, ey. Alter. Was machst du denn? Mach noch mal langsam. Da. Oh. Ich bin ja nur drei Säcke. Ich mache mir mal eben ein Schlitter auf. Das sind fünf Säcke. Ich bin nicht schnitt. Warte mal. Oh leu. Das müssen wir anders machen. Alles klar. So. Wir sind hier echt bis ganz hinter durchstopfen. Sonst wird das nicht. Wir rollen die Straße runter. Sollen wir die liegen lassen? Natürlich nicht. Wir rollen ja fast bis zum Hof, ey. So. Okay. Warum nimmt er den nicht? Ach komm, ey. Ja. Ja. Geh nicht rein. Ich krieg die nicht rein, die scheiß Dinger. Ach, leckeres Arsch. Auch in den anderen Müllwagen. Wir brauchen wirklich den anderen Müllwagen. Das ist doch kacka. Oh. Guck mal, jetzt müssen wir noch eins, zwei rein kriegen. Bleib liegen! Bleib liegen! Meine Güte, ey. Ja. Beide da, ich scheiß Müll. So. Schmeißen rein. Hier verstehe ich jetzt hier im Busch. Los. Ja. So, auf zum. Habe ich, ich habe früher mal Zeitung ausgetragen, ne? Wenn ich da keine Lust habe, habe ich auch immer im Busch versteckt. Dein Ernst. Oh, scheiß. Unglaublich. Aber dann wurde ich gekündigt. Bei der ersten Kündigung. Wie wunderlich. So, wir müssen jetzt hier wieder runter, oder? Aber hinten gerade aus Deutsch fahren können. Verdammt. Gerade aus Deutsch. Ey, wir können auch hier lang fahren. Wenn man den Zeitungs-Dings da nicht mitrechnet, wurde ich noch nie gekündigt, oder? Feuer oder so ein Scheiß. Immer habe ich gekündigt. Also einmal habe ich gekündigt. Und dann habe ich nie wieder was gekündigt. Gut, aber nicht gut? Gut. So stark. Geil was. So. Auf die Deponie. Der Tiger, glaube ich, kämpft immer noch mit dem Rotkohl. Es kam nämlich noch kein Geld wieder. Das war eine reinste Rotkohl-Explosion hier. Echt? So schlimm? Ist das richtig wie ein AWM, oder? Irgendwie backt die eine diese Gitterboxen, die backen irgendwie rum. Das ist scheiße. So, warte mal. Kacka, 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 kacka. Der Pony war doch hier hinten, ne? Müll, der Pony! So, jetzt gibt es auf jeden Fall wieder Cash in die Dash. Wie war denn das? Der hat ja entleert, ne? Ja. Oder? Hat der aufgeklappten entleert? Nee, hat er nicht. Hm, Moment. Wir haben das doch nicht rausbekommen, oder? So, wir haben das letzte Mal entwickelt gekriegt, als wir Müll gemacht haben. Ja, aber wie haben wir das rausgekriegt? Jetzt auch nicht sagen, da habt ihr beiden gemacht. Ich dachte, wir haben das so rausgekriegt. Ja, du bist so weit runtergefahren, da sind die rausgefallen. Ja. Ganz saft. Oh Mann, das ist ja nicht der Ernst, oder? Was ist denn das für eine Scheiße? Das gibt es ja gar nicht. Ich glaube, ich habe den anderen Müllwagen. Das wäre hier, ist ja auf jeden Fall die absolute Rotzer. Keine Ahnung. Kriegt man nicht weg hier. Geht nicht, oder? Könnte ich ausrasten. So ein Drecksding, ey. Ich muss mich verarschen, eigentlich. Mein Problem hat auch... Ja, komm, Wolli rückwärts jetzt. Dann mit dem Problem. Fahr rein jetzt in die Scheiße. Ja, nicht. Doch. Kacke, ey. Ja, weil der Nizza direkt aus dem Müllwagen. Ich bin nicht alles durch. Echt? 5000, naja, gut. Wir brauchen, ja, wir brauchen wirklich den, der... ...der automatisch aufnimmt, sonst ist das voll fairer Arsch, ey. Wenn der rauskommt, tust du es ja nicht wieder, oder? Ne. Okay, okay, dann gucken wir mal, was der Tiger macht. Hier stehen ja. Lol. Soll ich es umwacht die Dinge auf? Sind das alle? Bei Kisten. Wo sind die anderen? Ach da. Oh, lol. Hast die Gitterbox verkauft? Ja, weil die da drunter packen, dann muss ich die. Dann muss ich da noch wieder rankommen. Jo. Okay. Oh, 3600 haben wir mittlerweile schon an... ...Kompost. Aber gut. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Feierabend. Ich glaube, hier geht nichts mehr zusammen, ey. Müssen wir mal schauen, dass wir fürs nächste Mal wirklich den... ...neuen Müllwagen haben. Dann können wir das Obst in Angriff nehmen und so weiter und so fort. Und den ganzen anderen Quatsch. Den Salat oder den Weißkohl könnte man noch ernten. Wenn ihr da noch eine Möglichkeit habt, oder eine kennt, wie man das noch schneller machen kann, ...ohne die da auszuzuppeln, dann, ja. Schreibt schon an die Kommentare. Ja, gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht, vergesst mal den anderen vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.